Mann, mir schlecht. Moin, Moin, Jungs und Mädchen. Heute gehen ich, Philipp und ich. Heißt der Hansapark? Ja. Ist das der größte in Deutschland? Weiß ich nicht. Der Hansapark ist der größte in Deutschland. Und dann werden wir da... Spaß haben. Spaß haben. Los geht's. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Nee, es ist 6. Wir sind jetzt in Kiel angekommen. Jetzt müssen wir hier 40 Minuten warten. Und dann? Dann fahren wir Zug. Ich mag Züge. Oh, und das sexy Zug ist da. Freust dich schon? Mega. Oh, Alter, wir sind jetzt im Hansapark. Philipp freut sich mega. Zum Glück ist der Freefall Tower, der da oben. Der ist heute außer Betrieb. Finde ich super. Können wir aber mit einem kleinen Karussell anfangen? Nee. Wie geil ist die denn? Die möchte ich unbedingt fahren. Wie geil ist die denn? Philipp, die fahren heute. Die sieht cool aus. Die testen in Freefall Tower. Ach, leck mich doch. Alter, das ist richtig fucking hoch. Oh mein Gott, die sieht richtig schlimm aus. Mega. Mega. Und die zweite? War okay. Die zweite? Die zweite war eine fette Glocke da hinten. Die haben richtig Bock gemacht. Die erste war richtig geil. Dann ging's hoch, dann runter, dann hoch, dann zoom, runter. Und dann zoom, 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 zoom. Das erste Mal, wo ich ein Looping gefahren bin. Die war nice. Mir geht's gerade ein bisschen schwörend. Mir geht's ein bisschen schlecht. Aber jetzt machen wir so eine Wasserbahn. Shit, da wird man nass. Ja, das schießt den ab. Och, Mann. Philipp. Oh, Philipp freust dich schon. Mega. Oh, jetzt kann man mal reinspringen. Voll nass. Ja, wenn du Pächer hast, schießt die Kanone nicht genau. Shit. Oh mein Gott. Let's fahren hoch. Philipp, fahren hoch. Nein, ich hab so Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Wuuu. Alter. Oh mein Gott. Dann wird die sogar nass. Oh, oh mein Gott, Leute. Scheiße. Das ist voll chillig. Das ist voll chillig. Alter. Da ist ein Gummiteil drin, dass man sich ultra dreht. Oh mein Gott. Shit. Alter, man dreht sich ultra. Und jetzt geht's runter. Ahhhh. Ahhhh. Shit. Diese scheiß Kanonen. Diese Kanonen, die uns nass machen wollen. Moin moin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Der kommt aber noch eine. Sie spritzt glaube ich jetzt gleich. Oh mein Gott. Nein, bitte hör auf. Ah, du Opfer, du kannst gar nicht. Der Tor war die erste Achterbahn und der sieht krass. Ah, der ist richtig hoch. Aber es hat mega Bock gemacht. Der war richtig geil. Und das ist der Freefall Tower. Ich bin jetzt im Indianerdorf. Hier guck, da werde ich jetzt nur was fahren. Das mache ich jetzt. Philipp hat keinen Bock drauf. Das sieht richtig cool hier aus. Legit, das ist wie ein Kletterpark. Und mir ist jetzt ganz schlecht. Also habe ich da keinen Bock drauf. Irgendeine andere Achterbahn zu machen. Weil dann sind wir noch schlechter. Wird echt gerne eine machen. Aber dann gehst du schlecht. Das ist voll Scheiße. Scheiße. Man muss vier Jahre alt werden. Ah. Mann, Mann. Oh mein Gott, Leute. Das fack mich jetzt ab. Philipp ist jetzt die Nestlebahn hier gefahren. Irgend so eine von denen. Aber ich kann nicht. Mir ist so schlecht. Boah. Mann, mir ist schlecht. Mann, mir ist schlecht. Mann, mir ist schlecht. Alter, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich möchte einfach nur wieder gesund sein, dass ich Autobahn fahren kann. Da ist Philipp drinnen. Mir ist schon schlecht beim Zugucken. Ich habe jetzt gleich der Looping. Wow. Alter, mir ist jetzt richtig schlecht nur schon beim Zugucken. Und? Wie war's? Ja, war cool, ja. Schöner gewesen zu zweit. Ach nee, aber Junge, ich gucke die nur an. Mir ist ultra schlecht. Ritterbahnfahren macht richtig Bock. Aber mir wird schlecht. Ah, jetzt gönnen wir uns ein paar Creps. Hoffentlich wird mir nicht noch schlechter. Keine Ahnung, ob mir jetzt noch schlechter wird oder besser. Wir haben jetzt gegessen und jetzt hat mich Philipp dazu gezwungen, noch eine Mal zu fahren. Nein, Spaß. Aber ich fahr jetzt noch eine. Und ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Also ich verdauere gerade. Mein Körper verdauert das jetzt gerade alles. Wow. Oh mein. Jetzt ist mir richtig schlecht. Gleich gönnen wir uns so eine schöne Bootsfahrt. Oh Mann, ich will ja gerne gehen, aber ich bin leider nicht größer als 1,25. Guck. Ah, blöd. Oh mein Gott, hier hat sich jemand erhangen. Kannst du ja auch danach machen. Ja, ich werde mich auch danach hängen, bevor ich kotzen muss, oder? Wie geil ist das denn? Auf der Achterbahn gibt Wi-Fi. Brauche ich unbedingt für meine Videos. Ich muss die Videos hochladen, während ich auf der Achterbahn bin. Die Achterbahn war mega geil. Ist mir nicht nur so schlecht. Voll lauter hier. Und wir fahren jetzt so einen coolen Teil. Philipp freut sich mega drauf. Schön romantisch, weißt du? Oh, wie cool, ey. Wuhu. Los, gönn dir. Und wir fahren. Alter, ist das geil. Philipps aufregend im Gesicht. Wow. Unglaublich. Der sich aufregt. Wow. Alter, ist der aufregt. Das ist hier so ein Wasserfall. Mann, Philipp. Jetzt kommt unsere Fahrt zum Ende. Und ich find's echt blöd. Boah, das ist geil. Alter. Wie geil, Philipp. Philipp fragt sich, what the fuck is up? Ja. Ich bin.